Die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland stehen unter starkem finanziellen Druck. Es wird gerade diskutiert, ob eine Reform der Krankenversicherung dabei hilft, die finanziellen Belastungen in den Griff zu kriegen. Zentraler Punkt ist dabei die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze, damit auch die Besserverdienenden ihren Anteil zahlen. Ich bin Müni von transparentberaten.de und wir erörtern in diesem Video die Vor- und Nachteile dieses Vorschlags und wer dabei eigentlich wirklich profitiert. Die Beitragsbemessungsgrenze legt fest, bis zu welchem Teil des Einkommens Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt werden müssen. Derzeit liegt diese Grenze bei 4.987,50 Euro im Monat. Das heißt, wenn ich 6.000 Euro im Monat verdiene, dann zahle ich nur auf 4.987,50 Euro meinen prozentuellen Anteil an Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen. Jemand, der 3.000 Euro im Monat verdient, muss hingegen auf die kompletten 3.000 Euro seinen prozentuellen Anteil an Sozialabgaben zahlen. Das ist auch der Grund, warum jetzt vorgeschlagen wird, diese Beitragsbemessungsgrenze anzuheben, um die Beitragslast stärker auf die Schultern von finanziell besser gestellten Menschen zu verteilen. Ein weiterer Grund ist aber natürlich auch, die Einnahmen der Krankenkassen zu erhöhen. Die Grenze soll übrigens eventuell auf das Niveau der Rentenversicherung angehoben werden, was etwa 7.300 Euro im Monat entsprechen würde. Die Befürworter einer solchen Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze der Krankenversicherung argumentieren, dass dies eine nachhaltigere Lösung für alle wäre, als zum Beispiel eine pauschale Beitragserhöhung für alle Versicherten. Die derzeitige Beitragsbemessungsgrenze führt mitunter dazu, dass Gut- und Besserverdienende einen viel geringeren Anteil ihres Einkommens als Krankenversicherungsbeitrag zahlen müssen, was viele Menschen als unfair wahrnehmen. Auf der anderen Seite spricht dagegen, dass eine solche Maßnahme zu höheren Kosten für Arbeitgebende und Besserverdienende führen würde. Und Arbeitgebende haben ohnehin schon hohe Lohnnebenkosten, die durch die Anhebung noch weiter steigen würden. Die Alternative zur gesetzlichen Versicherung bleibt aber in jedem Fall die private Krankenversicherung, gerade für höhere Einkommen. Ein weiteres Argument dagegen ist, dass durch eine solche Reform andere Maßnahmen zur Verbesserung unseres Gesundheitssystems erst einmal verzögert werden. Interessante Daten zu den Vorschlägen liefert eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Sie zeigt, dass eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze den Krankenkassen große Mehreinnahmen bringen könnte. Würde die Beitragsbemessungsgrenze auf das Niveau der Rentenversicherung angehoben, könnten die Kassen bis zu 15,7 Milliarden Euro mehr einnehmen. Die Untersuchungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft zeigen aber auch, dass bei einer Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze die Höhe der Mehreinnahmen stark davon abhängt, ob die bestehende Wahlfreiheit in der privaten Krankenversicherung beibehalten wird. Bei Beibehaltung der PKV-Wahlfreiheit würden die Einnahmen der gesetzlichen Krankenkassen mit rund 6,4 Milliarden Euro deutlich geringer ausfahren als die prognostizierten 15,7 Milliarden Euro. Zudem könnten höhere Beiträge für Besserverdienende dazu führen, dass mehr Menschen in die private Krankenversicherung wechseln, um höhere Kosten zu vermeiden. Dies könnte die finanzielle Situation der gesetzlichen Krankenkassen weiter verschärfen, da in diesem Fall weniger Beiträge gezahlt würden. Diskutiert werden auch die strukturellen Probleme des deutschen Gesundheitssystems, auch wenn es darum geht, die stetig steigenden Kosten im Gesundheitswesen in den Griff zu bekommen. Einige Kritiker argumentieren, dass eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze nur ein Tropfen auf dem heißen Stein wäre, um das Grundproblem der Kostenexplosion im Gesundheitswesen nicht lösen würde. Sie plädieren für Strukturreformen wie mehr Wettbewerb zwischen den Krankenkassen und eine Optimierung der Versorgung durch den Einsatz von Technik. Eine optimale Lösung würde also das Gesundheitssystem nachhaltig finanzieren, aber gleichzeitig die Bürger vor steigenden Kosten schützen. Es bleibt abzuwarten, was von der Regierung letztendlich entschieden wird. Was denkt ihr darüber? Ist die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze eine mögliche Lösung oder sollte das Gesundheitssystem in Deutschland an anderer Stelle verbessert werden? Schreibt es uns mal unten in die Kommentare. Hier findet ihr noch ein Video über die wichtigsten Unterschiede zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung. Hat euch dieses Video hier gefallen, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Ansonsten tschüss und bis zum nächsten Video.